Wir wollen uns mal heute die Fortschritte bei der AWO-Kita ansehen. Haben Sie hier eine Filmerlaubnis? Ja, wir haben eine Dreherlaubnis. Wir machen mal einen kurzen Rundblick über die zukünftige Spielfläche der Kita. Gehen wir doch mal durch den Notausgang rein und gucken, was da los ist. Man sieht, es wurde schon angefangen. Mit viel Lärm wurde hier ja schon fleißig geschaffen. Hier ist es zu laut. Ich gehe wieder raus zum Kühlraum. Dort wird ein Fenster eingebaut und das Ganze zu einem Kreativraum umgebaut. Die Gartenstühle vom Griechen sind bereits verschwunden, sodass die Grünfläche gestaltet werden kann. Die Gartenstühle vom Griechen sind erstmalig. Kühlraum ist die Gartenstühle vom Griechen, ist der Schlage. Vielen Dank.